Aufarbeiten in diesem Sommer, in einer neuen geheimen Geschichte und alle zerbrechen sich den Kopf, was das sein könnte. Wieder Wagner, gutes Anspiel und dann viel Zeit für Schröder. Gewürfe sind, guter Offensiv-Rebound von Waila Bepp und dann Wagner aus der Ecke und dann ist dann mal der Call of Three, Franz Wagner. Obwohl das ein schwieriger war von Dragic gegen Vogtmann und was macht Vogtmann da? Obst, Wahnsinn, schön Führung von Vier aus dem Feld, schönes Eingriffsspiel, Wagner profitiert. Jetzt haben wir viel Offensive bei den... ...schon erwischt heute mit zehn oder mehr Punkten führen, denn die slowenische Serie, die kommt noch. Also das geht sicherlich nicht über 40 Minuten so in diesem etwas stockenden Tempo und da kriegt Dolcic das Offensiv-Faul. Noch mal Wagner und noch mal der Offensiv-Rebound. Und irgendwann muss es doch mal klappen. Wagner ist dann auch dafür zuständig. Wir waren auch in Schweden schon 19. Testet noch mal den Knöchel. Und wieder Offensiv-Rebound, totale Dominanz da. Wagner versucht, Dolcic in Schach zu halten, soweit das geht. Da kommt der Wurf und der passt nicht. Wagner pfiffen wurde und der Break laufen gelassen wurde. Der ist kurz. Vogtmann ist offensiv-Rebounding. Geht weiter. Mit gutem Rhythmus hier aufwartet. Seit Ende des ersten Viertels nur mit zwei Punkten. Oh, super. Schussmann ist einfach ein... Ein Voll... Fünf Minuten. Vorsprung bleibt zweistellig. Wagner drei. Bast. Wee, wee, wee.